so ihr lieben heute reiten wir das berner oberland den stockhofer zeitig frühstücken die stadt schläft nicht alles klar sie wurden ja gut im netz werden oberland saftrakheim idiom späß dem nagaya krevet ist gott bern hier kollegen bern hauptbahnhof warte auf zug da haben wir unsere parole lang lebe die revolution давай товарищи и летчики всем привет из перне вокзал сейчас я еду моим поезд потом поедем пернаоболан и летаем первый раз в швейцарии я буду летать жизнь бывает так и всем привет особенно в кавказе ребята увидимся das immer stockhorn 4 stunden 30 min на самой высоте 4 6 30 min was man um pagoda отличная шикарная думаю сегодня wetter не сильно я вам приветствую из erlenbach вот сюда надо Mittelstation Stockhorn. Da oben fahren wir hin. Liegt noch ein bisschen Schnee. Der Wind kommt von vorn und der Schirm lässt sich gut legen. Dann sollte das klappen heute. So, auf dem Stockhorn sind die Eiger, Mönch und Jungfrau. So, auf jeden Fall, товарищи-Lotter-Paraplaneristen, heute können wir hier nicht fahren, weil die Luft fliegt von hier. Die Chance zu starten ist null. Das ist einfach nicht möglich. also starten heute von hier oben keine chance wind aus west und startrichtung ist süd keine chance hier auszulegen zu starten ausgeschlossen schnee noch sehr viel das heißt ich versinke auch kann ich nur noch mal wiederholen eiger mönch der eiger jungfrau mönch der blick die höchsten berge der schweiz panorama klasse kein flugwetter anfahrt passt von bern aus ohne jedes problem schweiz ist eins der best erschlossenen öffentlichen verkehrsmittelgebiete kann man so sagen ja laut internetrecherche gibt es hier um einen fahrt auf die nord nordwestseite kann ich im schnee nicht gehen mit meinem rucksack noch dazu rückwetter rückwetter russi in Zürich, Berne In der der Bühne, wo kaum Menschen leben können, kann man frei fahren mit elektrischem Tramvay mit autobus und so weiter Hier ist einer der besten Parapro-Planeristen in der Schweiz Schvecari. Daher ist es, dass hier schon 100-200 km lebt. Da ist es die größte Gare. Schvecari. Eiger. Mönch. Jungfrau. Natürlich ist es nicht der Kavkaz. Es ist etwa 3000. 3,5 km. Hier sagen wir, dass wir kleine Püte in die Richtung Norden sind. Wo es heute wird. Aber mit dem Schneem mit meinem Rucksack nicht kann. Es ist sehr schuldig. Es ist gefährlich. Ich grüße natürlich auch alle meine Freunde in Deutschland. Schnecki Mausi sowieso. Im Prinzip in Österreich nur alles doppelt so teuer. Ich grüße euch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.